Was ist der persönliche Fußabdruck für den Konsumverhalten? Ich sage immer, Konsumverhalten oder diese Geldscheine, die normalerweise hinten rechts bei Männern oder in der Handtasche, in der Geldtasche oder bei Frauen sitzen, das sind irgendwo wie Stimmzettel. Wie Stimmzettel, die ich abgebe, wenn ich irgendwas konsumiere oder irgendwas kaufe. Ich gebe mir eine Stimme ab und unterstütze damit die Energie und das Schaffen dieses Unternehmens, das dieses Produkt hergestellt hat. Ich unterstütze praktisch mit meinen Geldscheinen die Kultur, die Art und Weise, wie das Produkt produziert wurde. Und so könnte man, wie wenn man beim Wahlen Stimmen abgibt, auch mitentscheiden, welches Unternehmen man wie unterstützt. Also sage ich, sind Geldscheine irgendwie auch Stimmzettel, die ich abgebe, wenn ich täglich konsumiere. So hätten wir Konsumenten eigentlich die größte Macht, dem Ganzen entgegenzuwirken, indem wir einfach genau schauen, welchen Unternehmen wir das Geld zur Verfügung stellen und welchen nicht. Wir könnten entscheiden, welches Unternehmen wir dadurch unterstützen, welches Unternehmen dann wächst und welches Unternehmen dann vielleicht Probleme bekommt und sich neue Fragen stellen müssen. Das heißt, wir Konsumenten hätten die größte Macht. Leider, so muss man heute sagen, fehlt in diesem Kontext noch vielleicht das Bewusstsein oder das Know-how, welche Macht da ist und vielleicht auch irgendwie das Bestreben, danach etwas zu tun. Oder andererseits sind natürlich viele Billigprodukte, die immer wieder werbetechnisch locken und uns Konsumenten zu anreizen, Dinge zu konsumieren, wo wir eben nicht dahinter schauen. Und zugleich ist natürlich ein Aufwand, dahinter zu schauen, jedes Produkt, das ich kaufe, zu analysieren, ob das jetzt klimaneutral oder nachhaltig hergestellt wird oder nicht. Aber dieser Aufwand wird vor allem auch durch die Digitalisierung, durch die neuen Medien, durch soziale Medien einfach auch vereinfacht. Also könnten wir Konsumenten nur auch das ein oder andere tun. Wenn wir alle so weitermachen würden wie bisher, dann verbrauchen wir nämlich, das habe ich schon mehrfach angedeutet, mehrere Welten pro Jahr. Also was uns zur Verfügung steht. Wir alle haben eine Welt auf der schönen Welt, die wir leben. Wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen würden, dann würden die Amerikaner fünf Welten brauchen, in Deutschland, Österreich und auch in Südtirol ist es nicht anders, dass wir drei Welten brauchen. Ähnlich ist es in Großbritannien, also in gesamter Europa und auch in China verbrauchen wir mittlerweile eigentlich zu viel, als was wir haben. Das heißt, das sind eigentlich die Logiken, die dahinter stehen. Und wenn man sich das genau anschaut, hat jeder von uns einen persönlichen Fußabdruck. Einen persönlichen Fußabdruck. Wir emittieren pro Jahr eine bestimmte Anzahl von Tonnen CO2 mit all dem, was wir tagtäglich tun, mit allem schaffen, was wir tagtäglich tun. Und durchschnittlich könnten wir sagen, haben wir im deutschsprachigen Raum ein Intervall von sieben Tonnen bis 17, 18 Tonnen. Da spielt sich das ab. Und das heißt, die sieben Tonnen sind eben die geringverbrauchenden, die klimafreundlichen. Und auf der anderen Seite haben wir die weniger klimafreundlichen. Und das Entscheidende ist natürlich, wie kann ich jetzt klimafreundlich sein, ohne auf Konsum zu verzichten, beziehungsweise trotzdem meinen Wohlstand zu halten, trotzdem mal im Urlaub zu fahren und, und, und. Überall sollte man sich also praktisch Alternativen überlegen, in welche Richtung es geht. Und wenn man genau hinschaut, dann sind auch unternehmen wir Google oder Google Maps, die auch in diese Richtung schon denken. In Bälde wird auch Google Maps ihnen ausweisen, nicht nur, wie schnell sie von A nach B oder was der kürzeste Weg ist. In Bälde wird Google Maps auch ausweisen, mit welchen Verkehrsmitteln ich, von A nach B zu kommen, wie viel CO2 ich emitiere. Also auch da ist ganz, ganz viel im Laufen. Oder unternehmen wir den Booking, HRS und so weiter, werden darstellen, welche Hotels oder wie die in Bezug auf CO2-Emissionen und klimaneutral sind. Also es ist irrsinnig viel in Bewegung in diesem Kontext. Und in dem Fall ist es grundsätzlich ein werthaltiges Thema. Die Idee ist, jeder sollte nicht mehr als ein, zwei Tonnen verbrauchen, dann wäre es wieder global, sinnvollerweise und so jetzt mal für alle, die man verträglich. Und wenn man sich ganz, jetzt mal anschaut, das gesamte Konsumverhalten, dann kann man so durchschnittlich, was sind denn die größten CO2-Treiber im täglichen Leben? Da haben wir einmal das ganze Konsumgüter, Kleidung, Computer, Schuhe, Uhren, alles, Gebrauchsgüter, die wir im täglichen Leben brauchen. Ich möchte nochmal das Thema Kleidung in den Fokus setzen. Ich glaube, Sie wissen oder vielleicht auch nicht, wie viele Kilometer eine klassische Blue Jeans um die Welt fliegt oder wie viele Kilometer sie, so jetzt mal, um die Welt geht, bevor sie im Geschäft ist. Das sind über 10.000 Kilometer. Also sie geht, die Baumwolle von da nach da, dann wird sie genäht. Also irrsinnig viel haben wir dann, wenn wir im schönen Geschäft sehen, auf gar nicht, sagen wir mal, die Wahrnehmung, was da alles dahinter steckt und wie wegen kleinen Kosteneinsparungen, die es von China nach Bangladesch geliefert wird, um da die Knöpfe anzunehmen und dann wieder zurück zur Türkei, wo es dann gewaschen wird, um den Look zu haben. Und dann geht es wieder zurück zu Bangladesch und dann kommt es zuerst nach Deutschland, Österreich oder Italien ins Geschäft. Und wir kaufen ahnungslos und denken an eine schöne Jeans, die einen Herstellungswert von, einen Warenwert vielleicht 1, 2 Euro hat, die dann im Geschäft 100 Euro kostet. Also auch da einfach genauer hinschauen, was da dahinter steckt. Dann wie gesagt, das zweite Thema ist die ganze Mobilität, 19 Prozent. Dann 15 Prozent ist die ganze Heizung, auch da kann man sehr viel einsparen, indem man sich vielleicht auch noch das eine oder andere anschaut. Dann 15 Prozent Ernährung, da ist die Landwirtschaft auch mit drinnen. Dann haben wir das ganze Thema Strom und 6 Prozent öffentliche Emissionen, die wir darstellen. Das sind so die Fußabdrucklogiken im Privatbereich. Und das heißt, wir reden da praktisch immer dann auch von der sogenannten Pyramide für nachhaltigen Konsum. Das heißt, nochmal einfach genauer hinzuschauen. Schauen wir, was haben wir denn schon. Können wir die Sachen reparieren? Können wir Sachen selber machen? Können wir sie vielleicht neu umtauschen? Können wir auch gebrauchte Waren kaufen? Und erst wenn wir das durchgecheckt haben, brauche ich es wirklich, wirklich? Ganz ein bisschen von Patagonia, don't buy this jacket, sollte man auch neu kaufen. Das heißt, auch Konsum, einfach grundsätzlich hinterfragen, das ist die Pyramide des nachhaltigen Konsums. Wobei ich jetzt nicht auf alles verzichten möchte, aber es geht eben genauer hinzuschauen und gute Produkte zu kaufen, die anders hergestellt sind. Und auch, sag ich jetzt mal, täglich einfach mal überlegen, wo produziere ich denn auch CO2? Das sind oft Sachen, die man gar nicht weiß. Wenn ich heute ein E-Mail verschicke, ist ein Unterschied, ob das mit Anhang oder ohne Anhang passiert. Von Laptop zu Laptop, ein E-Mail, das in drei Minuten gelesen ist, hat 17 Gramm CO2. Also das ist einfach so, oder wenn ich eine 5-Minuten-Websuche mache, 8,2 Gramm CO2 oder ein SMS verschicke, alle Aktivitäten, die wir so tun, produzieren irgendwo CO2, weil sie Energie verursachen und weil sie an Hardware hängen und, und, und. Auch wenn ich einen Film streame und nicht im Kino gehe, dann fuhrst du auch das CO2 und zwar nicht wenig. Oder wenn ich ein Eis essen im Sommer, dann hat das 140 Gramm CO2 bei einem Schokoladeeisen, 80 Gramm. Oder wenn ich ein schönes Bier trinke, eine halbe, dann habe ich 650 Gramm und dann noch einen Cheeseburger dazu. Also das sind einfach Sachen, die man einfach bewusst machen soll. Das heißt nicht, dass man das mitmachen soll. Wenn ich dann einmal in einen schönen Urlaub gehe, ein Hotel ohne Öko-Label, 75 Kilogramm pro Übernachtung oder 196 Kilogramm für eine Tankfüllung Diesel oder, ich sage jetzt mal, die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, 2,7 Millionen Tonnen. Das heißt, überall alles ist eigentlich ein CO2-Produzent. Das heißt, das Einzige, was jeder von uns und Ihnen tun könnte, ich messe mal meinen eigenen CO2-Ausdruck, Fußabdruck. Ich erkenne dann aufbauend auf die vorhin dargestellten Kategorien, wo bin ich vielleicht Überdurchschnitt, wo bin ich Unterdurchschnitt und kann dann vielleicht auch das eine oder andere Mal Aktivitäten selbst setzen oder das Thema in der Familie thematisieren. Ich weiß, die Kinder sind da sehr aktiv, sehr, sehr offen und einmal Sachen auch zu hinterfragen, muss es immer die Urlaubsreise fernost, wo man hinfliegen muss, kann es nicht anders sein, können wir nicht auch mal ganz neu denken. Kann ich auf Fleischkonsum vielleicht etwas mehr verzichten, kann ich das regional kaufen, beim Bauerlokal, kann ich auf Bio achten. Also all diese kleinen Dinge, die jeder von uns tun kann. Und ich sage immer wieder, wenn man auch dann mit Unternehmen spricht, kann man auch selber sagen, ich schaue auch auf ein bisschen was. Und das in der Familie zu thematisieren, macht Spaß, macht Freude, macht Lust auf mehr. In diesem Sinne schauen wir auch auf unseren persönlichen Fußabdruck, fangen wir bei uns selbst etwas an, ohne jetzt zu extrem zu sein. Bitte genießen wir weiterhin das, was wir genießen können. Ich selber mache auch gerne mal eine Grillfeier mit schönem regionalen biologischen Fleisch und dazu auch einmal ein regionales Bier dazu. Und auch zwei, also lassen wir uns die Freude nicht nehmen, aber sei es uns bewusst, was wir einfach mit unserem täglichen Handeln tun und auch welche Macht wir als Konsumenten letztlich hätten, wenn wir umdenken. Und Stichwort Macht Konsumenten, wenn wir den Unternehmen auch Impulse geben, im Rahmen der Jahresgespräche, im Rahmen von Gesprächen, dann können wir auch da wieder sagen, schau, das tut sich viel. Letzte Sache, letzte Sache dazu, auch der Konsument selber ändert derzeit sehr stark sein Kaufverhalten. Früher waren es eine Randgruppe, die sogenannten LOHAS, die sich primär mit dem beschäftigt haben. LOHAS als Zielgruppe Lifestyle and Health and Sustainability, die praktisch diese Themen gelebt haben. Mittlerweile ist diese LOHAS-Gruppe verbreitert und mehr oder weniger alle Bevölkerungsschichten unterschiedlich natürlich interpretiert. Wir sehen das Thema Nachhaltigkeit. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn das Geld ganz, ganz knapp ist, dann ist das natürlich nicht die höchste Priorität. Auch das muss man natürlich erwähnen. Aber auch da müssen wir einfach schauen, dieses gesellschaftspolitische Problem lösen, dass einfach auch jene mit geringen Einkommen nach oben kommen, um auch hier Gleichheit zu schaffen. Also, die Macht liegt auch beim Konsumenten. Die Macht liegt letztlich bei jenen von uns. Lassen Sie uns bei uns beginnen. Lassen Sie uns beim Konsumenten.